Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende. Dir geht es gut und du bist voller positiver Kraft und Neugier, was ich am morgigen Tag für dich zeigen möchte. Und wir starten hier auch schon mit der Botschaft. Für dich genieße und entspanne die kommende Minute. Und wir haben für dich die Lebenserfahrung, ein wichtiges Ereignis im Leben, eine Enthüllung führt zu Veränderungen. Zeit, deine Flügel auszubreiten. Wundervolle Botschafter. Ich werde dir die Karte jetzt einmal näher bringen, damit du das für dich im Detail verinnerlichen kannst. Erzengel Samuel. Du hast diese Karte gezogen, weil ein kürzlich stattgefundenes Ereignis ein Weckruf für dich war, um eine wichtige Veränderung in deinem Leben vorzunehmen. Das kann eine neue Erkenntnis sein oder etwas, das du schon wusstest, aber hinausgezögert hast. Jetzt ist dir klar geworden, dass diese Situation nicht ignoriert werden kann und du aktiv werden musst. Dies ist ein Moment sowohl der Freiheit als auch des Erwachens. Die Art und Weise, wie du dich selbst und die Welt siehst, hat sich ein für allemal verändert. Diese neue Sichtweise hat dir Wachstum gebracht und den Mut, deine Flügel auszubreiten. Lass dich von diesen neuen Einsichten motivieren, den Weg deiner wahren Herzenswünsche und Intuition voll anzunehmen. Zusätzliche Bedeutungen dieser Karte. Befreiung. Plötzliche Erkenntnis der Wahrheit. Schnelle, nicht zu verhindernde Veränderung. Die Zeit wird knapp. Erzengel Samuel kann ihnen helfen, alles zu finden, was sie suchen, einschließlich die richtige Liebesbeziehung und einer göttlich geführten Karriere. Wenden sie sich an Samuel und folgen sie dann ihrer Intuition, die das Vehikel ist, durch die diese Engel zu ihnen spricht. Wundervolle Botschaft. Also schau mal, inwieweit du das da für dich vernehmen kannst, sei bereit, die Veränderungen sich dir zu zeigen. Genieße den Abend. Wir hören uns morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020